joe was geht o friends was ist ja genau ich wollte ja mal was oklotsen und zwar die musik ist schon cool schalldämpfer war das jetzt der da ich dann mal sagen den da natürlich wobei es eigentlich schwachsinn ist die waffe aufzumotzen weil ich die waffe irgendwann mal wieder weg tun mir eine bessere holst 2 von 5 erntex marie dinger zerstört ich lasse es jetzt mal wenn ich sie nebenbei sie da mache ich sie natürlich dead und ich habe mir überlegt ja ich habe einfach mal das da neu warte mal was will der jetzt eigentlich da drin ausrufezeichen heißt ja immer er will irgendwas denke ich oder so mission angenommen alles klar ich möchte aber jetzt erstmal trotzdem das hier machen ich arbeite jetzt mich hier ein wenig so vor aber somit habe ich jetzt die mission angenommen ich glaube anders geht es auch gar nicht weil sonst verweige ich quasi die die mission so dahinter das meck hier ich mir natürlich ist es wieder weit weg gut wo ist die hatte alte sorry hab nichts mal schauen ob er möglichst bald das auto wechseln kann weil das ist jetzt tja schnell was laut 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 moment mal warten irgendwo gerade auto gestanden wahrscheinlich schiebe ich hier schon voll die filme weil es mich dicht macht das ganze geschmarr hier drin tja das hast ne kommsszene ach dunkel was mir noch aufgefallen ist am letzten video da hat der ton irgendwie nicht so richtig hinkaut nächste mission ich mach das ist ein bisschen stressig ja 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 alles klar also jeden spacko den ich da helft der gibt eine mission da wird sich eigentlich jetzt sammeln irgendwann wo ist sie alles klar nächste mission ja das haben wir mal da mal ein wenig mission natürlich du schaust ja aus natürlich oknum ach sie hat jetzt die pflanze angesammelt das ist echt nervig war es jetzt die richtige ja erscheinbar bleiben die duden liegen kann das sein ja mit dir wollt ihr nicht labern ich kann wahrscheinlich noch mehr mehr waffen freischalten also noch mehr waffen slots vermute ich was ist hiermit nix jetzt haben wir mal ein neutrales schönes auto ja also diese diese sounds probleme im letzten video war schon ein komisch ne was war das was ist denn hier los oh nein ey diese psycho braut lass mir mal Ruhe endlich halt dein maul der hat ja schon so viel von denen ihr Zeug geschnüffelt oder jetzt mal ehrlich wenigstens bin ich nicht nackt ja was bist denn du für ein krasses Viech scheiße da musst du schon wieder total dicht sein oder ja hau mich weg ähm okay dafür jetzt vielleicht da mal irgendwo äh weil wir da normal sein ach jetzt lauf ich auch noch falsch ja darf ich nur einen weg laufen oder was na hau ab lass mir mal Ruhe ich will weg lass mir bloß mal Ruhe meine Herren dieses dämliche Stück dieses Psycho-Alde oh mein Gott glaub mir wenn ich dich irgendwann seh du bist sowas von tot fass mich nicht oh guten Tag sie sind verhaftet kommen sie bitte freiwillig mit schaut er den rechten an ist mir schon klar dass das ein Lappen ist hey sowas nennt sich mein Partner oder was ich klotz nicht so doof in einer gestörten kaputten Seele Leute sagen dass ich verrückt aber wenn du wachst in der Nacht 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 du wachst nicht mit horror das ist der Welt das das ist der Welt wir für unsere Kinder wir für unsere Kinder communities being torten walls being erected because leaders are too impotent act bullies are too adult to lead right just I did not ask for this I was chosen Ich würde es ja wegskippen, ne? Aber das gehört ja zum Spiel. Du bist auf Drogen und nichts anderes, kapier das endlich. Und ich habe mich zu tun, zu führen, weil die Gesellschaft kapiert. Und die einzige Weg zu gehen, ist zurück zu den wie die Dinge damals waren. Innocent und pure, so sicher und schädig in unseren Garten. Ich kann dich schützen. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder im Knast, oder? Ernsthaft? Zu viel geschnüffelt, ha? Unfreiwillig zum Abhängigen, Kwon. So, alles klar, das wird jetzt weiter. Ich mach danach eh wieder was anderes. Ah, meine Begleiterin, ach, da kommt sie. Oh, klatscht, alles klar. Toll, jetzt. Echt, hey. Also, in der Hinsicht hätten sie sich den Mist ein bisschen sparen können, ne? Darf ich jetzt endlich meine Mission machen? Oh, Mann. Ich hoffe, es ist ein Hubschrauber da. Ja, die bleiben halt echt liegen, ha? Die Leichen. So, aber ich glaube, die einzigste Möglichkeit wegen Hubschrauber wäre wahrscheinlich nur hier. Wächtigen. Wächtigen. Okay. Ja, aber die kosten Geld, ne? Und warum habe ich eigentlich keine Flugzeuge? So viel Geld, oder? Nee. Bin nicht so geizig dafür. Sag mal, mit meiner Kohle lieber was anderes. Sag mal, ach, ja, hier, schau, da steht ja immer einer, so wie es ausschaut. Jawohl. Da steht ja einer. Ja, dann brauche ich kein Kaufen. Dann mache ich eventuell das nächste Mal. Eine Schnellreise? Weil es müsste ja eventuell gehen. Glaub ich. Und dann wäre das ja Sache, ne? Dann mache ich Schnellreise dahin. Und dann könnte ich mir ja eigentlich jedes Mal einen Hubschrauber krallen. Theoretisch. Theoretisch. Das war's. Mal kurz gucken, was das ist. Oh. Was macht denn der? Das ist doch in der Zeit ernst. Aber was ist das hier? Ja, jetzt kann er wahrscheinlich nicht mehr fliegen, ne? Ah, alles klar. Ja, mal ruhig ein wenig da umschauen in der Räden. Wenn das einmal der dicker Bunker ist. Mal kurz. Mal kurz. Alles klar. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Ah, das ist gut. Mal kurz. Untertitelung des NDR 2021 Die Mounden sind von Eli und dem Whitetail Militia. Sie sind stark verraten und verraten von Outsiders. Sie sind nur Leute, aber ich habe nichts von Eli in ein paar Tage gehört. Ich hoffe, dass sie bereits in der Krieg mit Jacob Seed sind. Die einzige Botschaft, die ich hatte, war von meiner Knie, Jess. Sie hat gesagt, die Kolt hat die Lumbermill in ein Präsenkamp. Vielleicht kannst du da starten. Da müssen wir erstmal einen schönen Landeplatz suchen. Und er wird mir immer angezeigt, wo er steht. Das ist schon mal auch nicht schlecht. Und auf der Karte müsste es mein Ohr und... Ja, wird mir auf der Karte der Ohren zeigt, alles klar. Oh, wow. ... und schreit. Hostiles, bleiben Sie frosty. Ich gehe hier hin. Das Auto ist echt cool. Schöne, ne? Ist gut gemacht. Schleich, die. Schatz, die. Watch my 6. Ja, und wenn ich jetzt noch wüsse, was er sagt, dann wäre es halt cool, ne? Ich stehe da viel zu wenig Munition. Ich würde das interessieren. Was ist das hier? Ach, hier sind die Wachtposten. Kann man die eigentliche ausschalten? Hm. The higher nature doesn't care who you are or where you came from. She eliminates without conscience and empathy. Oh, let's go. Only the strong survive. Or so it used to be. I'm getting more very slow. And the higher nature for ages. But they've done it all along. They made us soft. They made us complacent. They made us sick. Haben sie was gecheckt? Oh nein. Haben sie gleich gecheckt, ne? Sieg, Sieg! Don't do this! licensee! Er hat sich immer wieder! Sieg, Sieg! Mann, wir gehen, Sieg, sieg! Die Mongols, die Babilonien, alle sie weg sind. Was haben wir gelernt? Die Empires sind immer schrecklich. Das ist unsere letzte Wurde. Wir müssen uns vorbereiten für was kommt. Wir müssen uns vorbereiten für die neue Welt. Los! 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 Help me! Los! 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 Ich habe es mir jetzt ein wenig schwieriger vorgestellt. Ach, und sie kann ich jetzt auch mitnehmen. Sie ist jetzt so eine Art Hauptcharakter. Wenn mir nicht alles odeutscht. So, wo ist jetzt überhaupt die Alte? Alles klar. Oh, halt doch, Teppappen. Natürlich! Natürlich! Ich werde gleich auf den Punkt kommen. Ich war auf der Träule von einem Jacob's Zealots. Er geht mit dem Namen, The Cook. Ja, das nicht so schrecklich. Aber glaub ich mir, das eine Schwierbe ist. Ich habe fast ihn verabschiedet, aber eine Peggy-Patrolle hat mich verabschiedet. Ich brauche deine Hilfe. Wir können nicht diese Träule gehen. was ich was ich sollte hier folgen ich habe dann immer viel munition ja und laufe da mal ein wenig schneller was hältst du denn da von? natürlich Ja, was mit der Waffe? Wo ist sie? Ey, was ist denn mit dem? Oha. Oha. Ah, haben sie ein paar knusprig gemacht, oder? Oh, oh, oh. Ja, ich komm hier schon. Range? Ah, okay. Wo ist denn die überhaupt? Ich seh's ja gar nicht. Ja, die alte, die geht ja dann richtig stealth-mäßig ab, ne? Hab ich ja gehört. Was, bin ich jetzt erschrocken? Oh, nein. Oh, nein. Jetzt habe ich eine Geisel aufersehen erschossen. Was ist denn jetzt eigentlich? Oh, nein. Ja, chill. Was ist denn eigentlich, wenn ihr zu macht? Ah, okay. Normalerweise, wenn wir mit dem Wurfmesser ein wenig O gehen. Ja, ja, ich helb, ich helb. Ja, Anne habe leider erschossen. Glaube ich. Ja. So, zwei von drei und den dritten habe ich ja leider erschossen. Okay, geht's weiter. Leider den dritten Aufersehen erschossen. Die fallen immer sofort um, wie die fliegen. Die Kinder puken es direkt zurück, Cook nicht so wie das. Also, er ging und strungen die Eltern auf auf dem Boden, unter der heißen Sonne. Hold'em. Ich denke, ich habe etwas gehört. Oha! Mh... Wo ist ein Hinkern? Ach... Keine Munition mehr... Waren die hier umeinander killed, hä? Was? Was will jetzt jeder mit mir reden? Dann hab ich doch schon mal befreit, oder? Ah, komm... Alles klar! So... Ah, da haben wir noch einen... Oh, das Video wird halt wieder maßlos überzogen. Sorry Leute! Aber ich glaub, sie ist cool, ne? Also jeder richtig stealthmäßig ab als Partner. Ja... You want to start something, bro? Er lauft noch. Rednet, lauf. Aber eigentlich schon wieder gut Geld, ne? Let's take a better look. The weak are impure and unworthy! Their souls are plagued by filth! There he is. Dammit, he's burning! And he cooks them with the flame! Burn! Burn with the light of our Father! Sacrifice the weak! Cleanse your soul with God's righteous flame! Oh, 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 oh! That was close to me. Ah! Na komm, dreh dich halt nochmal rum! Hmph! Hmph! Got me! Run in now! Dann hat's er mal wirklich zerrissen. Ich dachte, ich wäre glücklich. Das ist es, ich glaube. Dutch war richtig. Cook ist tot, und... Ich fühle mich nichts. All I ever wanted was to find this guy. And now... I don't... I don't know what I'm supposed to do. Dutch has been right about a lot of shit lately. Colt, Eli, maybe he's right about you too. You, uh... You need someone to watch your back? Call me. And, uh... Thanks. For everything you need. Ja, klar. Bitte, ne? Mh, 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 mh. Kann ich sie jetzt mitnehmen? Als Kollegen? Kann ich's gar nicht abhauen. Ah, ja. Ich glaub, sie ist schon da. Jawoll. Ah, sie ist da. Aber so, Freunde, das war's jetzt mal ganz schnell, weil, ähm... Ich hab ja wieder maßlos überzogen. Hey, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.